so bau ich hier mal ein bisschen weiter irgendwie irgendwie irgendwo fast der matte sich am brot mag öfter mal wenn es so juckt vom nicht waschen muss man ja kratzen naja dann juckt das in der porenzimmer so ja mensch du bist ja heute eine richtige quasi strippe erzähl doch mal was ne spinnst ja wohl kann's nicht so wörter im mund nehmen noch mal ja heute bin ich extrem gut man hört es irgendwie nicht ja ich will hier um kasselte brennen wenn du irgendwie ich wollte noch nicht ganz voll mehr bis mit fressen und dann karotten oder kartoffeln ernten willst und dann bist du die mal beim fressen um so fällt hätten wir wieder repariert und die pflanze wo gesamt so dass du schiebst dir zuckerrohr ins ohr da du bist ja voll krass sechs kolben drin wenn da aber alles okay ist weiß ich nicht weil dann euch hergestellt das vielleicht keine ahnung mehr wir können uns ja herr nachher jeden mal genommen kleine kunstwäldchen in pflanzen im kleinen wald selbst bepflanzt du bist du schon selbst bepflanzt das war drauf stehst was drauf die dann nicht drauf klar mit kaum musste drunter im südl der baum den muss doch mal hier abpacken welchen also ich auch moment ich habe jetzt nämlich auf gesammelt hier gerade birke und dann hätte ich das da hingesetzt warum hast du jetzt hier so ein ding gesetzt weil ich da nicht so weit dran wollte aber mal wieder weg hocke peter nö das lassen wir so natürlich nicht ja 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 was soll denn das hier hinten eigentlich werden wo du hier angefangen hast in der hier von den domen alle wegzuhacken na da will ich eine freie fläche mal gucken was wir da machen wir sie noch nicht vielleicht hier kuhstall und dann machen wir in den eine kuhauslauf was weiß ich hier und da drinnen in den stall dann naja die schafe oder so keine ahnung aber für die kühe brauchen wir schon ein bisschen mehr platz oder nicht naja für die bücher naja eben halt um das naja und auch für fleisch nachher wenn du eine millionen viecher davon hast und dann erst anfängt zu schlachten ich mache mich mal auf der suche nach einem ei die viecher müssen noch mal eier legen da gibt es doch nicht oder hast du kaputt gemacht ne kaputt gefunden im internet wie man irgendwie eier spawnen abschalten kann also hühnereier müsste es eigentlich geben in den anderen welten funktioniert das ja auch und ich habe im prinzip nicht viel anders eingestellt wie in den anderen welten selbst in unserer kreativwelt störtet dass die eier da fliehen nur hier passiert total kurios impotente hühner sollst nicht von dir mal auf andere schließen meine mir die haben ja was mit dir gemeinsam mit dir gemeinsam 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 der button im ganzen stein gegen bock der die eier zu so gefühl ist zwecklos ich vermute es auch aber ich habe nicht eingestellt aber sonst mit absicht die die da hat man ziemlich schön automatische jener fahren bauen können nicht schon wieder doch wieder gebaut warum ihr habt mit der farmerei hier keine automatik ich will keine automatik ist so eine schöne welt hier nicht schön aber mehr zeit für andere sachen haben wir auch so die drei minuten wurde da ein paar kühe umholzt ist ja nun nix wenn ich die minuten wenn ich die umniette wird in der zeit derzeit doch du machst und fertig ist ganz einfach was siehst du mich hier voll alt mir haktet oder was die hätte wohl nicht gut oder du alte kleine schwebe vielleicht sollten wir erst mal zwei hühner einfangen und mal gucken was dann passiert die fortpflanzen lassen vielleicht liegt er denn mal so ein dummes tun ein du musst aber sammeln mitnehmen ja ja gerade alle in der tonne geschmissen du bist so ein dem lack kann sie doch nicht wegschmeißen mann hat doch nicht weggeschmissen klar in der kiss gemacht und du hast du gesagt eine tonne und ich glaube ich das so ja du bist auch eine tonne ja 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 bei dem namen ja 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 ne ja 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 근데 und noch mal stehen bitte oh man ey bist du bekloppt lass mich doch mal hier hoch man wie viele stein ist denn hier sagt doch mal die kinder Hühner in der Nähe so wir haben ja die Möglichkeit schon mal ein bisschen Sand abzubauen das werden wir direkt mal machen können wir ja alles gut hier brauchen ich werde bestimmt hier gleich einen Besucher haben echt? naja na dann biet ihm mal einen Kaffee an den Besucher ich glaube die Milch nimmt die Katze aber hä? den Kaffee nicht ja die Katze die bohrt hier sich die kratzt hier an der Tür die will hier rin kleiner Störenfried wirklich wundert es mich dass sie nur dran kratzt und nicht mal an die Klinke ran springt hat für Kimpf-Kolte oder sie will sich vorher anmelden weißt du? hey alter ich komm gleich alter mach doch mal die Tür auf bitte ich mal die gibt's doch nicht da lass mich doch mal rein alter da gehe ich ja nicht so weit zu gelassen und bei ihm noch zu gefunden ja wo ist da aber wohl müssen da geht hoch grad hoch hoch warte so warte so skelly die alte kelly na dann grüß mal boah macht sich grad schlecht warum musst du wohl mal grüßen können das Vieh ist schon platt achso das ist dann schlecht aber das stimmt da hab ich schon seine einzelnteile verzählen das ist natürlich mies ne Herr Kapp falsch an der sagt die Katze ist ja schon hier drinnen die will raus achso Katzenquäler kannst du doch keine Katze einsperren sag mal ja so ist ja wirklich richtig tierfreundlich na aber hm so komm mal mit du blöde tun die putti putti kommt zur Mutti Mutti oh hier sind aber auch hier hier noch Monsters in der Nähe oh warum kommt der blöde Gagaohuhen jetzt nicht weil das dich vergagern will ja ich merkte komm komm mit Mappi oh Gott dafür dass du eine Ente bist bist du ganz schön lahm auf Wasser ach das ist doch ein Huhn ja ein dumme Huhn ja war ja auch die Bezeichnung dumme Huhn mhm aber da sind die Kühe und Schafe schneller hier ist schon wieder eine Spinne hier hinten bei uns die spinnt ja wohl hab du wohl den zu rennen oder was halt da schubst du mich hier in mein Bach hier hab ich selber gebaut du hau ab mein Bach oh da gibt's wohl so schnell keine Spinne mehr spinnt ja wohl ja Mensch hab ich hier was freigesetzt hier ja ja was wir hier hinbauen wissen wir noch nicht ich denke mal dass wir hier nachher wirklich die Kuhanlage hinstellen also das Außengehege für die Kühe Freilaufehege wie auch immer ja der Wiesen oh mal klicken dann wird das natürlich nichts mit einer Frühstücksterrasse da oben weil das ganze Jemur will ich ja natürlich beim Frühstückessen bestimmt nicht haben ja genau so na put 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 komm so ist rein du blöde du sei ruhig da hinten sag gerne das kann jetzt schon wieder tun nun komm doch mal ja schwimmst du Skeletor na hat's glaub ich schon was naja jetzt hat sich doch wieder Hunger bekommen und dreht bei so 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 da kommt die kleine looky line und fängt an wie ein Schwein zu schreien jup oh mensch da haben wir ja Kies brauchen wir den gerade noch? ach nö hohe Katze wenn hier einer Mauts denn benickt hat mach mal hä das war wohl eine Fremdsprache wahr? jo da bist du bestimmt fremd in der Sprache jo so dann machen wir da 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 hehehe lach du mal so ein dumme tun hätten wir schon na dann noch ein zweiter haben wir doch hier hehehe was das wäre ja ja bloß ein bisschen ob ich die Beine miteinander ah ich wusste hehehe du Lappen du du Lappen Lappen eine kleine Schalumpe es wird hoch es wird hoch es wird hoch es wird hart mhm aber endlich ist diese hässliche Klohäuschen weg ey das hast du hier gebaut das hast du hier gebaut nee naja doch nöелов nö доллар ich mach eigentlich mal ein bisschen die Öfen anheizen ja damals an der bergbank branche so ab zu üben die maus bewegt sich heute aber so schnell ein bisschen erde hier mitnehmen so alter unter deinem feld ist irgendwas kap hier erst mal in den bauernhaus die hühnerin gemacht euch mal im feld ja könig ist irgendwo öffentlich und doch hier ist irgendwo er was denn der er macht die tür zu ja ich glaube dass hier oben hast du den jetzt hatte ding aber noch eingelegt wir ganz oben sind keine aber hier ist nichts ich sehe es auf der minikarte ich habe mir das jetzt bei der minikarte eingestellt naja machen wir mal weiter die fläche sieht schon schön ich wollte mir doch eine hacke machen aus kack wird kacke später wird hacke peter wer sich also fragt woher der hacke peter kommt einfach mal ein bisschen reimen einfach mal am mathe schreiben ja der erfindet euch noch 100 so eine dämlichen dinge ja ja testen hier dämlich alter ist mich verscheißern oder wat nö na dann mach es auch nö nö na dann mach es auch nö nö na dann mach es auch nö nö hab ich nö nur ist gut oh wann wieso ich finde unser kleines mini dörfchen eigentlich schon mal jahren ist noch tiefer oder das ist noch noch eine andere hülle also hier drunter ist alles so fett ausgeleuchtet obwohl nix ich sehe hier gerade eine möglichkeit wie ich da mal runter laufen kann zündet hier wieder irgendwas nee